wow direkt hier ist dann wieder unten drin nur blend und eine brand das zeigt so über uns an der oben warte mal hier doch über uns doch in der kirche ich habe ich habe den noch nie in der kirche durch die ausdauer spritz ich wieder dahin zeigt doch dahinten an hier drin hier war ich noch nie hier habe ich noch nie in boss kam also doch schon ich wieder gleich einfach einst was anzünden bringt nix oder gar nix ja dann noch aber du kannst ja den letzten hit mit einer mit einer breitwurst das macht aber echt sehr wenig schaden ja aber da kriegst du die erfahrung probier mal zu schlagen schaden es macht jetzt brennt ich auch schon ich war doch gar nicht im feuer es ist ganz schön stinkig jetzt ja da ist ein bisschen pist der rennt kann schüttel spieler 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 mich komme ich komme und die runde die überholen jetzt erst wir wollen jetzt erst ich brauche nämlich die bännis hier ansonsten bin ich halt dort hier ja hier war noch geld ich kann ja schon mal rausgehen vielleicht ist ob das smart das weiß ich jetzt nicht aber wahrscheinlich nicht weil ich dann alleine bin das ding fertig ist ja wo sie sich jetzt hier drin holen oder von dir das ist dann wurscht ja ja jetzt hat ein pfeil aufgenommen ja ich sehe absolut gar nichts dann gleich links aus jetzt sind sie weiter weg gehen erst mal hier lang ja sie kommen wieder hinter uns hier drüben hier kommen unten unten gesehen 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 das sein ja ein habe ich getroffen aber nicht nicht so ich halte mich kurz kommt raus ja ich muss mich heilen oben oben scheiße oben ist einer einer oben eine unten drin das war ein zombie auf den ich weiß da ist ein kopf ich sehe ihn doch da ist ein kopf nein ist er down nee hinterher los pushen heizt es uns war soviel sind unten beide gell ja ja der war geil nicht rn rat of the storm ad rn dem rat v hat her hat hihinha hab hat Aber das war nice. Das war gut gemacht. Oh, meine Nerven. Das war gut gemacht. Aber er hat auch Nahkampf gemacht. Ja, aber das war schon... Oh, mein Herz. Alter Schwede. Was ist denn das, du duzt? 50 und... Scheiße. War gar nicht so gut. Vor allem, er hat die Hälfte schon verbrannt, so ein Ding. Ja, vor allem, dass der eine mich da oben erwischt hat, das war... War eigentlich total lame, auch von mir, eh. Naja. Ich hab die Nerven nicht behalten können. Ja, du hattest ja auch ein Setup, was für ein Nahkampf absolut für eine Brause ist. Das stimmt. Davon war abgesehen, ja. Na gut. Mit einem Schuss Armbrust und einem Schuss Springfield. Was jetzt da machen? Ich hatte ja das Messer noch. Ja, dann bin ich mit dem Bayonett das denn ja geholt. Das war schon... Das war auch smart. Also, das war schon gut, dass du das so gewählt hast. Ich hab den Kopfnösch gar nicht gesehen, von wo du gesagt hast. Ich dachte, Mensch, da guckt doch über die Mauer. Geschieht doch. Ich hab den nicht gesehen. Ich hab den Kopfnösch gar nicht gesehen.